Gute Morgen und ich höre es auf meinem Kanal. Endlich ist es so weit, dass Südbech-Gerby. Kalka-Slautern gegen Saugügel. Die FCS sind ein bisschen nahe Kalka-Slautern. Aus der Biel. Geht seit 8 Uhr schon fertig. Die Züge hin reserviert gegen FCS. Um 9 Uhr 7 Uhr und um 10 Uhr so hoch. Vieren reichen Stabilfahr am Oster-Sonder, 17. April. Kalka-Slautern gegen Saugügel. Viele FC Saugügel-Fans am Hauptbahnhof Saugügel. Es geht mit dem RE ein, mit dem Überlastungszug des FCS nach Kalka-Slautern. Auch Runde ist voll Überlastung. Wetterzug nur in Sand-Immert gehalten. In Homburg und Langguth fährt Kurs. Und wir haben gesehen, wir sind in Kalka-Slautern. In Kalka-Slautern angekommen. FCS. Die FCS-Fan wartet hier bis nach dem Gaggen-Göpfe. Und jetzt geht hier die Rapper noch um Gäste-Bloch. Der Kalka-Slautern gegen Kalka-Slautern gegen nach dem Gaggen-Göpfe. Das ist so künstlich. Vielen Dank. 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 ... 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 Toll, 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 Toll! Applaus Wim 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 . Chan That Way Fati T B Wir begrüßen auch heute unsere Fußballgäste aus Mörder und Fern, die beträgt der Kongresse Finko-Fernsee. Wir wünschen Ihnen einen Angelegenheitsarbeit hier bei uns auf der Fenster. Und ganz besonders herzlich begrüße ich den weiten Rund des vertreibenden Stadions, die Fans der deutschen Teufel! Ein schöner, sehr gesendetes Osterfest. Und jetzt kommt das Nennungs, auf der heutigen Bedenkungen. Ich begrüße dankbar und herzlich unsere Fertentüte, hallo Südtribüne! Wir wünschen, hallo Südtribüne! Wir wünschen, hallo Südtribüne! Wir sind die Torsten Gründer, wie die Fans der Rockenkopfel, und die Fans im Norden, hallo Südtribüne! Wir wünschen, hallo Südtribüne! Wir wünschen, wir wünschen uns herzlich die Fans, die Katastrofhundet, berühmt ist der Kurve, hallo Südtribüne! Jawohl! Zitzen auf den Drogen! Schöpfen! Schöpfen! Jonas Huppel, mit der 7 CD Hotends, mit der 14 Bode, mit der 14 Justin Schleinköcher, 21 Alessandra Groß, 23 Mario Pura, 25 Julius Renneke, 28 Mimo Sarkovas, und mit der 33 Spiel Luka Hertha. Der Referier des heutigen Nachmittags ist Benjamin Brandt, er wird assistiert in den beiden Hausslinien von Robert Kepter und Mario Puehnemann. Musik 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 Drill защitig Jesus, der schreit, der schreit doch immer wieder mit Abenteuer, und I-I-A-N-A-N-I-A, der Juden des 위에 Tränen des B Parms. Und I-I-A-N-I-A-N-N-I-A-N, der Juden des B-S-A-N-I-A-N-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I-A-N-I, Das war's für heute. Stafruggen! 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 Kegin, sechs Lied mit, sieben Malone, 13 Töne, Achtung, 19 Töne, Achtung, 21 Bekämpfene, Teufel, Herkrieg, 23 Philipp, Achtung, 28 Spiel, Mike, Achtung, auf der Bank, unter 1, Achtung, 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 Eoli Pinz, Achtung, 13 Lux, Achtung, 16 U refill, Achtung, 17 Lenny, Achtung, 20 Dominic, Achtung, 24 Felix, Achtung, 138 spielt Ligue 1, lässt uns Gemeinde wandeln, es ist Premierzeit, sondern wir alle unter einer Linie, für unsere Mannschaft, für unser Team, das Galle, 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 Galle! Galle, 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 G Ja, 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 ja ... Kapu'l-FK! 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 Ich kann alle! Ich kann alle! Ich kann alle! Ich kann alle! Sarsuchet, 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 Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet! Sarsuchet, 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 Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet, Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet! Sarsuchet, Sarsuchet! Schau, 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 Schau! Alle! 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 Der hat ja gesagt, wenn doch einer auf den Knall aufsteht! Versteht ihr euch so nöt? Wir wollen hier keinen Spielabbruch! Wir wollen das alles hier entfernen! Wir wollen aber Tränen spät, das Abbreinend von Feuerwerksverordnern jeglicher Art zu unterlassen. Ansonsten werden beide Mannschaften jetzt in die Kabinen gehen. Der FC Cup begann nicht bei signifizierter Schausel in 805 an die Zuschauer. Außer Kauf! Der FC Cup, die Das N-Ergebnis ist 3-1, hier träger schlautern. Billionvogel-Erge-Hälfte. Billionvogel-Fogel-Hälfte. Vierge-Bundesliga-Tabelle. Die Nummer 1 hat Markgebot, 3-Kalke Schlautern, 3-Raunrein, 4-Ostner-Rück, 5-18-Sektisch-Münze und 6-Ister-Rügel, 7er-Baldhof und 9-Mann-Gottmund-So. Die zweite Hälfte-Tabelle. 17-Werl, 18-Wirksburger-Kicker, 19-Hallischen und Sandisch-Köckischen-München mit 0-Säler. Und hier erkennt ihr den Namen vom Hinrichter und das Gardier-Name. Die Gästebahn ist pünktlich, der Ergezug war voll. Um 17 Uhr reichen es auch pünktlich, der kann keine Kinecke 600 heimfahren. Hier ist die Anseigung der Polizei gekommen. Es geht mit der RB70 mit dem Überlastgrundzug nach Saarrügel, ohne Halt bis Hombosch. Und mir herlasse Kaiserslautern, da sind ja gigante Lauternfans noch am Bahnsteig. es geht mit der Botschaft. Aber die B Campus hat immer Kimmelse, der hier olla, die Fahr Metroid zur Gerke und 8er-Mann-Gottambeinung. Da ist die R quiere, aber dann kann man ja auch kein Zug, aber da sind ja sicher, dass ich ihn habe. Das ist die Monat, wenn ich mich做. Ja, dass wir jetzt immer noch mal kurz damit da sind. Aber da sind nicht alle so, weil ich die Kaiserslautern, so sehen, dass wir es giftigt, dass wir die Kaiserslautern haben. Und das ist auch ein bisschen auch nicht gemacht. Und das ist ja auch, ja, ja, ich kann mir hier sagen. Und wir fahren in Langkult Gorsch. Und wir hängen in den Hauptbahnhof. Und es geht mega sauber nach, noch an die Kirche. Wir fahren am Krachhaus und warten auf den Bus. Tschüss, Freunde. Die Zeit, dann ist es 16. Die Zeit und die Nachdenk intenstig. Glockenzeuge någonting. Und wir fahren mit den Ballen auf die Fliegen. Dann werden wir�er und viel Fliegen auf die Fliegen. Dann wird das professionell. Dann wird das Fliegen in den Schlecht sind. Dann wird das ein Fliegen mit Fliegen. Weil wir noch nicht nach Her sind. Hier wird es also nach Her. Und das war's Vega, wenn ihr noch mehr Vega sehen wollt, abonniert den Kanal und auch wieder die Glocke, bis dahin noch nicht auf Vega sind und viel Spaß beim Anschauen. Gönnäckchen Besuch im Gagion ist in der Videobeschreibung, die Zeit ist auch nicht über 51. Tschüss!